Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über den Landmann Rexon Gasgrill sprechen. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an! Die Landmann Rexon Gasgrill Range ist der attraktive Allrounder, natürlich mit dem PTS-System. Der doppelwandige Deckel sorgt für eine längere Hitzespeicherung während des Grillvorgangs. Die emaillierten Grillroste mit 64x40 cm bieten den Vorteil der einfachen Handhabung bei der Reinigung. Die Arbeitshöhe beträgt ca. 94 cm. Die drei Edelstahlbrenner erreichen eine Gesamt-Nennleistung von 11,1 kW je 3,7 kW. Durch die integrierte Zündung in den Reglerknöpfen ist das Anzünden der Brenner einfach und sicher. Mit dem versenkt eingebauten Seitenbrenner, 3 kW, lassen sich optimal Beilagen oder einzelne Speisen, z.B. im Grillvog, zubereiten. Innerhalb des geschlossenen Unterschranks ist Platz zur Lagerung der Gasflasche und dem Grillzubehör. Mit den vier feststellbaren Laufrollen ist der einfache Transport gewährleistet. MaxZone – das perfekte Grillbranding für dein Steak. Der versenkt eingebaute Infrarot-Seitenbrenner mit 3,7 kW produziert auf Wunsch unglaubliche Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius. Und zwar nicht einfach nur zum Spaß, sondern weil das exakt die Hitze ist, die das perfekte Grillbranding auf dein Fleisch zaubert. Modulus – deine individuelle Grillfläche Mit dem praktischen Modulus Grillrostsystem von Landmann kannst du dir deine Grillfläche genau so gestalten, wie du sie gerade brauchst. Z.B. für kleines Grillgut, eine Pizza oder den Wok. Einfach das passende Modul einsetzen und schon kannst du loslegen. Dank des aufeinander abgestimmten Baukastensystems passt alles perfekt ineinander und ist schnell ausgetauscht. CookZone – Beilagen und Soßen direkt am Grill zubereiten Der versenkt eingebaute Seitenbrenner, auch CookZone genannt, kann für zusätzliche Grillvielfalt genutzt werden. Ob für Beilagen wie Maiskolben, angeröstetes Brot, leckere Soßen zum Grillrost oder eigene Kreationen aus dem Grillwok. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Zubehör – Alles für dich und deinen Grill Ein Grill ist zwar die perfekte Grundlage, doch für ein richtig gutes Barbecue brauchst du auch das ein oder andere Zubehör als Beilage, wie z.B. Grillzangen, Pizzasteine, Räucherzubehör oder andere tolle Gadgets. Aber vergiss nicht, selbst ein Grill braucht etwas Wellness. Ein Grill soll Spaß machen und lange halten. Das geht nur, wenn du ihn regelmäßig und mit den richtigen Produkten pflegst, die Grillroste reinigst und ihn mit einer robusten Wetterschutzhaube trocken hältst. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen, keine wirklich wichtigen Beschwerden gefunden. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die Wärmeverteilung ist gleichmäßig über alle Brenner, die hohe Wärmeleistung, der Thermostat im Deckel, die Reinigung ist leicht, emalierte Brennerabdeckung, der Gasgrill ließ sich einfach zusammenbauen, sieht einfach mega klasse aus, die Qualität ist super, die Verarbeitung ist sehr gut. Der Test für den Landmann Raxxon Gasgrill ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder! Bis zum nächsten Mal!